Ah, ein Musik-Lover! Anika Max! Nicht viele Abenteurer sind mutig genug, eine waghalsige Campingtour in einem dunklen Wald zu starten. Doch diese vier Trottel hier waren dumm genug, in meine Hütte zu... Was ist das? Die haben vergessen zu tanken? Ja, dann komm ich halt zu denen ins Studio. Wer nicht selbst gefangen werden will, dem werd ich halt nachhelfen. In diesem Exit-Game von Cosmos Trademarkt müssen die vier Abenteurer Eddie, Paula, Philipp und Martin aus meiner Hütte, oder halt dem Afgamax-Studio, entkommen. Dafür müssen sie eine Reihe kniffliger Rätsel lösen, mit denen ich die Tür verschlossen habe. Schaffen sie es nicht, innerhalb der nächsten 90 Minuten zu entkommen, wird ihnen Schreckliches erfahren. Sieh mal einer an, wie die sich freuen. Ein Schloss ist geknackt, aber viele weitere werden folgen. Es fängt zwar einfach an, aber es wird immer schwieriger. Denn jedes Rätsel, das gelöst wird, birgt neue Rätsel und Hinweise. Natürlich werden hier keine Lösungen verraten, wo bleibt denn sonst der Spaß für euch? Sieh sich das eine an. Am Ende haben die vier sich ja doch noch zusammengerissen und konnten aus meiner Falle entkommen. Nach einigen heißen Diskussionen über die Lösungen und ungefähr 90 Minuten Rätselzeit, bleibt aber immer noch diese eine Frage offen. Könnt ihr die Zeit schlagen und rechtzeitig aus meiner Hütte entkommen? Oder werdet ihr auf ewig gefangen? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020